Welche Elemente stehen in einer Stellenbeschreibung? Fragezeichen. Nun, also was steht in einer Stellenbeschreibung? Da steht die Bezeichnung der Stelle. Da stehen die Aufgaben der Stelle. Da steht die hierarchische Einordnung. Hierarchische Einordnung. So, das bedeutet, wem ist die Stelle übergeordnet, wem ist sie untergeordnet. Also, wem unterstellt, wem überstellt. Und die Stellenanforderungen. Ja, das sind die wesentlichen Elemente einer Stellenbeschreibung. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Der führt Sie zu meinem Schnelllernsystem. Alles Gute, Marius Ebert.